Gute Nachrichten dagegen, die Bits und so T-Shirts sind sozusagen komplett ausverkauft, bis auf eine kleine Handvoll von M und S Herren und noch irgendwie drei Stück für die Damen. Aber wenn ihr Herren seid und schmächtig, dann jetzt kaufen. Das letzte Chance, die sind tatsächlich eigentlich weg, aber die letzten paar müssen auch noch raus. Ich habe ja ein bisschen den Verdacht, es ist ja immer so ein Lottospiel beim T-Shirt drucken lassen. Welchen Größenmix macht man? Also welche Verteilung von Größen hat man da so? Alex macht ja auch T-Shirts. Nach was gehst du denn? Nach Vorbestellung, oder? Ja, ich mache es so, dass ich zuerst die Bestellung annehme und dann danach bestelle, ja. Das ist clever. Ich habe ja dann doch immer gerne ein bisschen mehr, dass ich noch was hinterher verkaufen kann, weil jeder Drucklauf verschmutzt die Siebe und dann muss mal ein neuer Drucklauf kosten, jedes Mal nochmal extra Geld. Deswegen mache ich immer ein bisschen mehr und da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie nach dem Abnehmen vom Basti, da haben auch viele mit abgenommen. Ja, und ich habe den Eindruck, als hätten ein paar, die bei dem letzten Lauf so ein paar M und S gekauft haben, als wären die wieder in die L-Kategorie hochgerutscht. Ja, also deswegen, entweder macht ihr nochmal die Diät. Schaltet ruhig das Video auf mich. Ja, nein, nein, nein. Oder kauft euch noch auf Vorrat diese T-Shirts, die müssen jetzt weg. Als ansporn, weißt du? Als ansporn, so auf Vorrat kaufen und dann wieder in das kleine T-Shirt reinpassen. Ich habe auch gehört, viele von euch haben Kinder und ich habe schon mal Fotos gesehen, wo so ein Hörer so ein kleines T-Shirt als Nachthemd fürs Kind benutzt hat. Das geht auch. Schlafsack. Schlafsack, einfach unten zunehmen, fertig. Also, die letzten T-Shirts müssen noch raus und dann machen wir den Shop auch wieder zu. Ich würde sagen, das geht noch bis maximal Ende September oder bis es ausverkauft ist. Dann sind die, dann ist dieser T-Shirt-Sale auch wieder vorbei. Genau, alle T-Shirts 12 Euro plus Versand auf t-shirt.bizundso.de Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.